hallo und herzlich willkommen zurück zu bivostackpack minecraft und jetzt geht es hier rund jetzt wird hier erde geklatscht bis die schwarte kracht oder so ähnlich so zack wie gesagt ich bin sehr gespannt ich hoffe dass der download von city skyline als heute überhaupt was wird ich muss ja noch gucken was ich dann vielleicht als oster special mache mal schauen und das schöne ist es wird gerade auch etwas dunkler das heißt wir können dann auch gleich gucken wie hier die sachlage genau ist ob hier alles so ist wie ich es gerne hätte und dann müssen wir gucken dies hier auch einmauern ich glaube fast stadt holz holz zählt ja nicht wirklich lange muss man ja mal zugeben herr holz geht ja auch mit der zeit gut kaputt also hat auf jeden fall was wobei ich eine kleinigkeit glaube ich dann hier doch ändern wollen würde so und so hopp da komm her du auch nein das ist doch nicht mensch dass wir den da hin machen und dann sagen wir mal so wir müssen erst mal kurz wieder hier unser krimsel anbauen und dann holen wir gleich den schisselmanissel noch mal raus der schisselmanissel weil zwei stück brauchen wir dann noch mal glaube ich zumindest zack zack so was wir das dann so machen vom flumm nein ansonsten müssen wir die ganze brücke noch eine etage tiefer legen oder unsere ganzen felder eine höher so ja ich glaube das sieht so kann man es glaube ich echt anbieten das sieht echt schick aus schreckt mich doch ein vollen neid gleich fällt er noch mal wups tot ist doch die brücke sieht gut aus und vor allem jetzt ist auch ein bisschen beleuchtet und das finde ich auch ganz angenehm was habe ich was gehört alles klärchen noch kommen die stil können wir nicht wirklich gebrauchen und dann fangen wir hier an obwohl ich da noch mal gucken wollte alternativ was könnte man alternativ denn hier hin bauen als das finde ich zu übertrieben ja ich glaube wir bleiben bei bei dem kommelstohen hier das werden wir wohl tun zack zack da müssen wir mal gucken machen wir hier dann nach außen mehr oder heben wir das noch mit erdern ich glaube das heben wir noch mit erde etwas an nein nicht der Rucksack die Erde bitte danke zack 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 man kann ja hinterher eh noch ein bisschen verschönern und abändern das ist ja alles kein Thema das werden wir dann bestimmt noch machen können und werden und tun und sollen und überhaupt und generell und alles ist ja zum beispiel so dann werden wir hier auch das einsetzen ja ich glaube ich bin heute echt ein bisschen ruhiger als gewohnt ne ouch und ein bisschen feilsüchtiger als gewohnt so drauf gekommen was für Skills was für Skills zack 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 ich werde die Erde hier als Grundgerüst mal machen mal gucken mal gucken ob wir die dann vielleicht noch austauschen oder ob wir hier dann so einen künstlichen Hang einfach anlegen das könnte man ja auch noch tun zack 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 so viel haben wir jetzt auch nicht mehr von den guten Steinen hier da müssen wir gleich mal gucken dass wir uns vielleicht noch mal ein bisschen was holen also die Bäume hier werden weichen müssen das ist schon mal abzusehen und Punktebeleuchtung was könnte man hier mal hin machen zack 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 ich weiß nicht erst mal acht Stück sollten werden auf jeden Fall auch reichen wir können sie zur Nutzung wieder auf normale Torch zurück machen Kerzen wäre unsinnig ich weiß nicht ein paar die kurze mal probieren oder ob wir hier vielleicht sogar so eine Lampe fürs Feld ich glaube hier probieren wir mal die kurze aus so 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 doch hat was ne es muss ja nur so ein bisschen beleuchtet sein ja da war ein ne du 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 springst mich sonst noch der springt mich sonst wohin ich kenne diese Mistviecher ja schon was das ist ein komm her du kleiner Hayabusa Skiller Todesser so wir holen uns jetzt erstmal ein paar schöne Steine damit wir das hier fertig machen können oh hat doch gefällt gefällt hier dann schön der Weg das ist ein gut schick da kann ich vielleicht doch noch den einen Nesarek hier mitbringen wenn ich dran denke dann können wir das nämlich auch noch machen und essen müssen wir auch schon wieder Halleluja rum so als erstes Gute Nacht Schluck schluck eine alte Rüstung wo könnte man die mal rein juckende Nase am besten da was haben wir hier denn noch die haben wir dafür und dann schauen wir mal wie sagt jetzt erstmal ein bisschen komm und du der ist verschwunden der hat wahrscheinlich hier unser Lager leer geräumt und ist erstmal abgehauen grunzend und fröhlich seind so da noch hin die Steaks muss man noch hoch bringen die beiden brauchen wir nicht mehr zack da brauchen wir zum Glück nur noch den einen von hat ich bin immer noch traurig dass unser armes armes Rind da oben getötet wurde das arme Ding es hat's net verdient und ich denke immer noch dass hier alles abbrennt wahrscheinlich irgendwann durch ein Update fängt dann dieses vollzie auffeuer richtig und alles fackelt weg dann kriege ich Zustände äh noch nicht das heißt es gibt also noch Jellyfisches die man unter Umständen ei 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 wir brauchen ja so viel Jojo viel brauchen wir noch nicht und ich wollte was essen aber mit den Geschüssel könnte man auch hier schön gucken was man da für Laternen rein brät da gibt es ja vielleicht dann auch die eine oder andere recht schnieke Wahl immer so aus rein Interesse ja sieht ein bisschen komisch aus so von hier finde ich es schön von da finde ich es etwas komisch schade aber das wäre auch so eine Überlegung wie gesagt da kann man ja mal gucken im Zweifelsfall kommen hier ja eh Magical Lamps rein damit wir Ruhe und Frieden haben vor allem Gesocks ich vermisse dich und ich werde dir ein Denkmal setzen Kuh und ich habe den Nazarek vergessen gut dass wir gerade gegessen haben da können wir erstmal richtig flott hier rennen und uns das letzte Stück holen das sind zwei ich brauche nur eins Juhu da 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 yeah da 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 so dann haben wir das wenigstens auch gleich gemacht da müssen wir mal gucken die Blackberries könnten wir theoretisch auch mal anfangen abzuernten super also hier zumindest die oberen dann aber das können wir immer noch machen Juhu Och schick schick tra la la brauche kurz meine Steinchen her ja da müssen wir mal gucken dass wir zumindest die austauschen vielleicht dann auf kurz oder lang die halt nach unten in Gras hätten naja damit sich dann da keiner beschwert dass ich wieder zu viel austausche was nicht nötig wäre denn auch wirklich nur bis dahin aber erstmal sollte das hier gehen wenn ich das aber vorhabe wäre vielleicht ganz gut wir machen es einfach so Wumper Wumperla 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 so hier müssen wir dann nochmal gucken äh ne da wollte ich ah da wollte ich einen Arm damit wir den richtig setzen können und dann können die hier wieder weg zack 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 da unten ist auch wieder ein kleiner Skeletor der will bestimmt was von uns ja wollen wir ein Duell machen kleiner in your feet und da brennt er und da ich hätte gesagt stirbt er aber noch nicht er ist hartnäckig jetzt ist er dort so zack 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 und zack uiss uiss ne geil egal wo ist er so hier müssen wir dann auch noch zu erden damit das hier alles auch seine Richtigkeit hat denn so ein Feld in der Luft das geht ja nicht nein 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 und ich habe nicht vor hier unter irgendeine Factory hinzubauen äh äh Anspielung auf ihr wisst schon wen der unaussprechliche so hopp zack 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 rums rums tap 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 äh weißt ich mag keine Löcher zumindest nicht solche da gibt es andere die haben schon ihren Reiz aber diese Löcher nein das muss nicht sein die sind nicht schön und seit hier gucken wir dann halt mal dass ich das hier möglichst in einbinde dass das hier halbwegs passend aussieht alles am Ende und hier müssen wir dann noch hin hier müssen wir dann die Leitung eh noch ziehen da werden wir da vorne den Hebel dann irgendwie hin zwiebeln das heißt ich werde hier bestimmt auch wieder einiges noch was ich jetzt gebaut habe wieder abbauen am Ende na bitte geht auch so zack 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 aber so haben wir das schon mal grob gemacht und wenn ich von grob rede meine ich das hier kommt auf jeden Fall direkt noch mit Steinaustausch weg und das hier wird dann vielleicht noch wie gesagt angehebt so hui das auch noch auf der anderen Seite gemacht und das ist dann eigentlich schon ganz gut na egal der Baum wird eben wahrscheinlich weichen huß so das ist doch schon mal sehr angenehm ok den brauchen wir noch den brauchen wir noch und dann brauchen wir den nicht mehr hoppala 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 und hoppala äh ja die hätte ich höher setzen können was machen wir denn da machen wir den da natürlich fallen sie alle runter nicht mehr in die Hände es ist so klar es ist so typisch es ist überhaupt ufa hm komm her du kleiner Baum du wirst jetzt fallen fall magical lamp würde ich mal sagen äh flower mag ich da sagen wollen so hopp 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 schnell wieder hoch alles noch richtig gemacht und dann haben wir die Folge um dann haben wir habe ich endgültig zu viel vorproduziert aber hier toll kennt mich ja ab und zu muss das halt sein so so und so und dann müsste man mal überlegen also hierfür würde ich da fast schon wirklich Holz haben wollen müsste was wenn wir schon mal Holz da haben wir haben ja ein bisschen Holz gucken wir mal was wie das aussehe okay das Holz kann er schon mal nicht schüsseln das heißt wir machen mal das der und gucken mal was er daraus macht was sehe so aus wie ich es mir erwünschen würde fast weil ich möchte da jetzt so so kistig wäre ganz angebracht eigentlich schon ich gucke mal wie das aussieht wie das dann wirkt nee das sieht nicht aus das sieht leider nicht aus zack und zack ich glaube das wird es es hat so ein bisschen das kistig ich habe ganz kurz gedacht da könnte wer stehen wo ich vorhin hier so reingegangen bin ach manches mal die Augen jo ich glaube das geht so als kleiner Holz äh kleiner Holzdamm natürlich baust du völlig verkehrt ab es ist ja ganz normal so dann haben wir den auch schon gemacht dann müssen wir nur noch die Kabel dafür herstellen dass das dann funktioniert dass das Wasser so weit läuft haben wir schon mal ausprobiert von hier geht es ja dann los 1,2,3,4,5 ich glaube wir hätten sogar weiter nach hinten gekonnt 1,2 Jesus 1,2,3,4,5,6,7,8 höll habe ich mich irgendwo vertan 1,2,3,4,5,6,7,8 ich glaube ich habe mich vertan und hätte noch ein weiter nach hinten gekonnt hey wir reißen alles nochmal ab und bauen es dann um der will uns schon helfen beim Umbauen kommst zurück na da hat ein Reißweck kaputt gemacht der Frechsack hier ne hm habe ich mich äh ich heiße wenn man sich ouch vertut das finde ich immer ganz schrecklich so was können wir da als Alternative machen das hier noch 1 nach vorne ziehen dann wäre hier die Abfangerinne hm müssen wir mal gucken wie wir das dann anstellen ansonsten ist es ja auch egal reißfeldtechnisch sollte das gereichen und es ist schön wenn man sich so verzählt jedes Mal 1,2,3,4,5,6,7 jawohl es hätte hierhin gemusst unser Wasser unser Wasserreservoir das müsste alles ein nach hinten vielleicht baue ich es noch um das muss ich mal schauen ich überlege es mir und wenn nicht dann nicht dann bleibt es so wahrscheinlich werde ich es umbauen ich kenne mich ja das dürfte aber auch in einem Zug relativ flott gehen ist es ja nur hier das hier wups kurz eins nach hinten und die Sache ist gezwirbelt aber das machen wir nicht mehr heute das machen wir wenn beim nächsten Mal wir es dann vielleicht vergessen haben höchstwahrscheinlich dann ist das jetzt der nächste auf der Unterricht ist ja so in zwei Wochen irgendwie für mich anderthalb zwei Wochen ja shit happens und happens viel und ihr könntet wie gesagt ein bisschen abgebaut werden aus dem einfachen schönen Grund dass wir uns auch von denen schon mal ein paar noch auf Vorrat legen wenn denn wir haben ja hier noch genug was wir bären technisch einfangen müssen und wobei ich da wahrscheinlich auch noch großflächig umbauen werde irgendwann in dem Sinne gute Nacht und bis zum nächsten Mal bis für das Bibo-State-Pick-Beitraft Tschüss